Machen wir davon Gebrauch. Seien Sie nicht allzu stolz auf Ihr technologisches Schreckgespenst. Die Fähigkeit, einen ganzen Planeten zu vernichten, ist nichts gegen die Stärke, die die Macht beleidt. Verschonen Sie uns mit Ihrem Kinderschreck von der magischen Macht, Lord Raider. Ihre traurige Anhänglichkeit an dieser altertümlichen Religion hat Ihnen nicht geholfen, die gestohlenen Unterlagen herbeizuzaubern. Und Sie ebenso wenig den geheimen Stützpunkt der Rebellen finden lassen. Ich finde Ihren Mangel an Glauben beklageneswert. Schluss jetzt damit. Raider lassen Sie ihn los. Wenn Sie es wünschen. Ja. Dieses Kräftemessen nützt keinem. Lord Raider wird die Position des Rebellenstützpunkts gefunden haben, bis diese Station voll eintagsbereit ist. Dann werden wir die Rebellion mit einem schnellen Schlag zerschmettern.